und action so ich krieg es immer noch nicht hin so liebe youtube freunde und hallöchen alle leute im live stream ich kann jetzt gar nicht mehr sagen geht schlafen oder weil für die youtube leute das ist nämlich jetzt gerade irgendwie so wie spürt er an scheiße 11 uhr 30 11 uhr 30 ist es jetzt und ey und ich mache seit 13 stunden 33 minuten mein live stream ich muss unter dem 15 stunden 30 bleiben ja also unser alter rekord war ja 15 stunden 33 31 minuten und das haben wir im foto auch gemacht und so ich muss unter dem rekord bleiben ich will jetzt noch mal für youtube leute jetzt ich versuche jetzt noch mal das tutorial weiter zu spielen wo ich nicht vorangekommen bin weil ich da so tierisch rumlose es regt mich so auf und ich könnte so aus wenn ich werde schon wieder aggressiv ich versuche geschmeidig zu bleiben vielleicht wenn ich ruhiger bleibe übersichtlicher die ganzen dinge so geschmeidig krieg ich es vielleicht hin ich versuche jetzt so ein paar mal das zu spielen wenn ich beende ich die aufnahme wieder dann sage ich so leck mich am arsch dann sage ich leck mich am arsch und werde die aufnahme beenden ich quäle mich jetzt nicht wieder zwei stunden und dieses um diese blöde stelle da zu schaffen das mache ich jetzt wenn es heute nicht klappt dann vielleicht morgen oder übermorgen oder nächstes jahr keine ahnung ich versuche jetzt in den nächsten unter der unter der stream rekordzeit zu bleiben und versuche jetzt diesen verblödeten wir fehlen die worte ich mir fällt jetzt nichts positives ein deswegen kann darf ich jetzt nicht sagen weil ich würde mich um kopf und kragen schon wieder reden irgendwie fühle ich mich gerade wie tanzverbot wenn ich hier nicht so rede ich habe mich gerade irgendwie beim reden wie tanzverbot gefühlt scheiße was mit mir los mann als nächstes kommt noch als nächstes haue ich noch something like this raus doppel piece man ich habe mich gerade beim reden wie tanzverbot gefühlt wie wieso warum schon wieder es geht schon wieder los das ist voll gruselig was mit mir los vielleicht eigentlich soll das heißen wenn ich 13 stunden noch was wenn wir nicht tanzverbot oder was das ist das ist los mit mir scheiße man hör auf jetzt damit so fangen wir an hier guck mal lady of salt ja für youtube leute wir haben gerade bei uns hier im chat das lady of salt die hat lange pinke haare das petze ich euch jetzt das petze ich jetzt mal die youtube leute und diese die ist schon ganz ungeduldig die ist um sieben uhr schon aufgestanden hat jetzt sind irgendwann erst so sie hatte auch scheiße jetzt weiß ich warum sie hatte sich essen herangeholt und wollte dabei gemütlich hypnose volt schauen und essen und ich habe das jetzt verkackt bestimmt weil sie wollte jetzt nicht so viel gelabere sonst scheiße sie wollte jetzt schön gemütlich essen und dabei schön hypnose volt schauen und das habe ich das verkackt scheiße man tut mir leid lady tut mir echt leid los ich fang an fang an hey man hey man okay ich schalte es mal um in den sogenannten wie waren das jetzt eigentlich spiele modus oder also ich meine nicht im bildschirm modus und wenn ja lass uns mal diesen bildschirm modus abschalten damit er uns nicht ressourcen vielleicht zieht ich trau dem vogel nicht so jetzt wird schwarz was sie jetzt sehen meine damen und herren ist meine seele ja meine schwarze seele ich versuche auch eine weiße zu bekommen aber ich finde einfach kein maler auf das ding aber was sollten ihn in den nächsten minuten komische sätze pass vorkommen oder passieren oder ich würde reden bitte haben sie geduld haben sie bitte verständnis dafür ich bin eine lange anhaltende geschäft geschänderte live streamerin die einen ausweg sucht aus diesem verdammten scheiß tutorial ja also ich muss jetzt loslegen ich muss jetzt arbeiten ja so was muss ich jetzt machen starten jetzt geht's los haltet euch das guckt euch das nicht an geht jetzt besser schlafen geht frühstücken geht sex machen fahrt mit der bahn oder sowas oder geht raus auf die legt euch auf die wiese auch wenn es regnet ist egal das ist jetzt total traurig das guckt euch das jetzt nicht anders ist total traurig das ist depressiv das macht euch das steht ja das guckt euch das nicht anders hier geht es auch nicht weiter hier passiert jetzt nichts mehr das ist jetzt das ist ein ewiges deja vu ich komme da nicht weiter das ist so eine verfickte blöde stelle wo ich total rumlose und ich das nicht hinbekomme ich habe letztes mal schon versteht das tut euch das nicht an geht schlafen man lasst lasst mich alleine leiden einfach ich leite allein ich leite da jetzt alleine durch leck mich doch am arsch ich mache das jetzt ich versuche da jetzt durchzukommen ich habe ich hasse das ich hasse das ich los ich vielleicht brauche ich hasse dafür was muss ich jetzt machen starten start doch mal jetzt jetzt geht es endlich los endlich geht es los oh lady of salt sagt sex was ist das also naja dann ja du provozierst es ja förmlich ja was lady gleich gleich zum thema sex warte warte kurz ich muss lass uns genießen kurz auch wenn wir erschöpft sind lasst uns das kurz genießen lasst uns einfach so tun als ob wir nichts merken oder so warte ich muss bei einer gewissen stelle muss ich jetzt voll pro mäßig lächeln das kann ich vielleicht als coverbild benutzen warte irgendwo kommt eine post oder lächle ich die ganze zeit so jetzt würde krank aussehen warte bei irgendeiner stelle muss ich lächeln ich weiß jetzt bloß nicht wo ich muss irgendwo lächeln damit es pro mäßig aussieht warte fürs cover dann dass man ein lächelcover bekommen aber wo lächle ich denn jetzt wenn die typen kommen warte wenn die typen kommen ich hoffe die kommen wieder gleich kommen sie dann lächeln wenn die kann wenn sie die kanonen so zeigen nicht vorher lächeln warte gleich ich versuche dann positiv zu lächeln also hoffe ich wird es da nicht so gestört oder so warte gleich warte gleich jetzt jetzt gleich fürs lächeln schön machen warte jetzt das ist ein freiges schnelles bild ja nein hat es geklappt oder nicht ich hoffe ich kann es verändern ich hoffe ich habe ein gutes coverbild jetzt gemacht es ist alles natürlich ja das ist alles natürlich das ist jetzt nicht künstlich oder geschieht das das war total natürlich habt ihr das gesehen das habe ich versucht natürlich wirken zu lassen also also komm ja macht mich jetzt nicht an hier ach so und so lady so lady hat gesagt sie hat keine ahnung vom sex so ja was soll ich sagen dann ja wie soll ich es dir erklären wahrscheinlich dann müsste ich mich mit dir noch mal mich in ruhe zusammensetzen um dir das alles zu zeigen und zu erklären ja weil so auf die schnelle kann ich dir das jetzt nicht beibringen mit dem sex das müsste ich dann noch mal auf die schnelle irgendwie dann dann noch mal ja in ruhe noch mal alles zeigen und erklären oder so ich weiß aber nicht wann ich zeit dafür weil ich habe wirklich viel zu tun so jetzt aber bitte ernst sein jetzt wird es ernst wir spielen payday ich bin jetzt ein gangster verstehst du also mach mich nicht an alter verstehst ich bin ein gangster mit gangster macht man nicht an die fackeln nicht lange ich habe sogar eine schwarze dose ich habe eine schwarze dose ich bin echt tierisch gangster ja guckt dann wie schwarz meine dose ist schwarz alter verstehst du also guck mich an hier also mach mich nicht an ich habe sogar eine schwarze meine dose ist sogar schwarz ja der bildschirm war schwarz meine dose ist schwarz alles schwarz alter so ich muss zum crime net crime net nach weg quatsch mir nicht voll mann bin gangster alter so irgendwie kann ich die alle weg klicken dass ich nur die sehe mach mal alles weg ich will nur meine dings sehen ja tutul ich hatte irgendwie ein trick dass ich das alles weg mache ich mach mal alles weg hier da ach lass mir was tutul so warte mal ach so ich wollte gerade sagen usb-stick hatte ich wie jetzt habe ich das schon geschafft oder wird steht auf die großen wohl holt das koks laut hat holt das koks laut wahrscheinlich raus soll es heißen also wenn man sich über die schwarze war was ist sogar noch immer ich bin leugier ich will wissen was da Was kommt das Thema? Hochschlafen vor allen Dingen. Warte mal. Vor allen Dingen zeigen. Konzentration jetzt bitte. Bitte nicht ablenken jetzt. Für die Frauen, jetzt benimmt euch jetzt hier. Die Männer sind immer anständig. Die Frauen sind immer so lüstern. Die Frauen sind hier immer so lüstern. Die Männer sind alle immer anständig. Die Frauen sind immer so lüstern. Seid jetzt nicht so lüstern. Wir müssen jetzt Gangster sein. Wir können später lüsternde Gangster sein. Aber jetzt erstmal nicht. Wir sind jetzt erstmal Newcomer Gangster. Also benimmt euch jetzt erstmal. Lüstern können wir sein, wenn wir die Kohle haben. Wir haben auch keine Kohle für Lüstern sein. Ich frage mich immer noch, ob ich hier Bräute kaufen kann. Ob ich mir hier Bräute kaufen kann. So Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Ich glaube ich muss erstmal da spielen. Aber ich bin weiter glaube ich. Aber ich gehe glaube ich erstmal da wieder hin. Jetzt geht das Leid wieder los. Gleich vergib mir mein Lachen. Ich lache schon gar nicht mehr. Ich lache eigentlich gar nicht. Ich bin keine Mama. Ich bin keine Mama. Ich bin in meiner zweiten Pubertät. Ich bin hier die Jüngste wahrscheinlich. Ich bin hier die Jüngste. Ich bin meiner... Hätt mal da die Schnauze. Ich rede gerade mit meinen Leuten hier Alter. Hättest du die Schnauze zu halten. Also ich bin Gangster Alter. Wenn ich mit meinen Leuten rede, hältst du die Schnauze. Verstehst du, verstehst du? Also ähm, ähm, äh, was ich sagen wollte. Ich bin hier die Jüngste, ja? Ich bin in meiner zweiten Pubertät. Ich bin hier die Jüngste. So, bereit machen. Quatsch mir nicht voll hier. Hier, Enter drücken. So. Los geht's. Qu... Ah, Qu... Qu wie er. Make me day. Make my day. Make my day. Kick mich nicht so von der Seite an, du Vogel. Ja, ich setze meine Maske schon auf. Ich brauche keine. Ich sehe auch so schon aus. Hey, des do dis. Okay, I'm... Räuft. I'm glad we're doing this. Truly. Warte, willst du treu sein? Okay, sei treu, Mann. Ähm. Warte, du musst mein Mausbett richtig machen. Sonst ernst, ja? Warte, ich will die... Mir ist bei der Video auf... Achso, scheiße mal. Warte mal, warte mal. Wegen der Lautstärke. Das war's gleich mal richtig regeln. Mir ist aufgefallen, wir können noch ein Tick lauter machen. Warte, Moment, 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 Moment. Damit wir das gleich mal richtig haben. Ich mach mal jetzt einen Tick. Nein, nicht das. Was ist das? Nee, mach das weg. Ich will das nicht. Ich will das. Wo kommst du denn jetzt her? Was willst du von mir? Hä? Nee, mach weg. Lass mich mal zu dem Spielerordner, wo meine Musik da, Dingsbums, ist da. So, jetzt. Und zwar. Wir müssen... Wo ist denn das? Payday auf 30 machen. Payday auf... 30 probieren wir mal. So, ich hab jetzt Payday. Na, wo ist Payday? 30 gemacht. So, warte mal 30. Schau mal, wie es dann jetzt wirkt. 30. Und machen vorne weg. Speichern. So, mal gucken. Theoretisch müssten wir... Das war ein bisschen leise, so dieses Blabere und so ein bisschen ballern. Das Ballern hat sich so tierisch leise. Ganz, ganz... Könnte man ruhig noch. Ich glaube... So, das müssen wir mal gucken. Und... Was wollte ich denn erzählen? Nichts weiter, oder? Ähm... Genau. Mir ist aufgefallen, dass ich zurückartig mit der Maus, mit den Mausbewegungen bin. Das heißt also, wir müssen mal sehen, dass wir die Maus minimal... Bin immer noch ziemlich schnell. Also, ich muss versuchen... Ich hab nicht mehr so dran gedacht, dass ich nicht zu aggressiv praktisch mache. So, jetzt geht das los. So, jetzt geht das los. Das war die Namen schon mal, gut hat es funktioniert. Nein nein nein! Wie war denn das E? F? Mach doch mal auf! Mann, Mann, Mann! Mach zu! Quatsch, bin ich nicht voll, Mann! So, und jetzt geht es dann gleich nicht mehr weiter, jetzt kommt dieser blöde Typ da und den... Ich muss den wahrscheinlich ganz schnell totschießen und den dann ganz schnell aus dem Sack machen, sozusagen. Aber immerhin, ich habe es beim ersten Mal geschafft, bei dem da vorbeizukommen. Da habe ich auch letztes Mal zwei Stunden gebraucht, da habe ich diesen feilten Schnauze, dass ich hier zwei Stunden habe an diesen anderen Typen gebraucht, vorbeizukommen habe. Was? Danke! Man muss, ne, man muss dieses Tertullio nicht spielen, du musst das nicht spielen. Man kann es doch gleich anfangen. Bloß, ich habe es so abgelost, weil ich habe gleich komplett schwer gespielt und wir haben so auf die Fresse bekommen von der Polizei, dass dann unsere Community ja meinte, Cosima, spiel doch erstmal das Tertullio vielleicht erstmal. Vielleicht hilft es ja ein bisschen bei dir. Wahrscheinlich eher nicht, aber spiel es trotzdem mal. Na, schön. Ich hätte jemanden der Raffel schlagen sollen. In dem Moment, wo ich schieße, bin ich zu laut wahrscheinlich. Nein, 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 nein. Boah, ich muss mir ein Zeitlimit setzen. Wie lange probiere ich bitte jetzt? Ja, viele YouTube Leute, denkt dran, ihr wird wahrscheinlich bei dieser Videoaufnahme wird es nichts anderes geben als genau das, was ihr gerade gesehen habt. Es wird nichts anderes wahrscheinlich geben. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich das heute schaffe. Und nicht mal so viele Stunden weißt du. Sei doch mal, ich rede gerade mit meinem Leuten. Sei doch mal still, Mann. Das ist Bullshit, Mann. Bullshit auf den Kopf, Mann. Quatsch nicht so viel, ich habe zu arbeiten. Ja, Maske auf. Right. Geh mal aus dem Weg, Mann. So, los jetzt hier. Ey, der Kreis... Der Kreis war aber neulich nicht da. Halt den Tapp um... Hier, was? Der Tapp... Ey, neulich waren diese Dinger aber auch alle nicht. Also dieser komische Kreis, der war neulich aber nicht. Was ist mit der Musik jetzt los? Tritt dich mal wieder ein, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Es hat sich nicht gesehen. Aber jetzt hier ist der Tor. Was ist mit der Kaffee? Ja, man hat die Kaffee. Was ist mit der Kamera? Es ist mit der Kaffee. Das ist mit der Kaffee. Ja, ja, mit der Kaffee. Er ist mit der Kaffee. Der Kaffee. Habe ich den noch, oder ist der weg? Ich habe das schon gemacht. Mä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä.. Sei still! Halt den Funkkontakt. Schnauze-Funkkontakt. So, jetzt aktiviert das Ziel. Töte die Wache. Da steht Töte die Wache. Töte die Wache! Da steht Töte die Wache! Töte die Wache und beantworte den Pager! Töte die Wache und beantworte die Wache und beantworte die Wache! Töte die Wache und beantworte die Wache und beantworte die Wache! Du hast keine Leichensäcke mehr! Wo denn Leichensäcke? Wo denn Leichensäcke? Wo denn Leichensäcke? Diesmal halte ich dir aus, aber in Zukunft musst du dir von der Art... Wo sind denn die Leichensäcke? Du hast keine... Ja, wo denn? Wo sind die Leichensäcke? Mach jetzt keinen Scheiß, Mann! Gib mir einen Leichensack! Hol dir Leichensäcke! Du hast keine Leichensäcke mehr! Hol dir Nachschub! Vom wo denn du... Vom wo denn? Ja, wo krieg ich denn jetzt Leichensäcke? Ja, wo krieg ich denn jetzt Leichensäcke? Och, komm jetzt, Mann! Ich hab's zum ersten Mal geschafft! Jetzt hab ich keine Leichensäcke! Welcher Idiot von euch hat denn jetzt Leichensäcke? Hast du Leichensäcke, du Idiot? Wo denn Leichensäcke? Am Auto? Ich muss wieder rein! Der sagt da wo der... Och, Mann! Das ist jetzt nicht wahr! Jetzt kommt gleich eine Wache und... Die Treppe hochkosig! Da wo du den Kopf erschossen hast! Echt jetzt? Container, der war... Der leuchtet auch... Ja, der leuchtet hier! Guck mal, der Container leuchtet hier! Vielleicht muss ich die Leiche... Vielleicht ist die jetzt ja leer, die Leiche oder sowas! Mach mal auf die Scheiße! Nee! Gleich kommt bestimmt so ein anderer Bulle... Und dann macht der wieder Alarm... Und dann war er vom Arsch weh! Ich hab noch vier Minuten Zeit! Och, leck mich am Arsch! Ich hab keine Leichen! Vermerk einfach weiter! Da ist ne Weste! Was ist denn das? Da, Leichensack? Was ist denn das? Was ist denn das? Du hast die Wache! Geh ihn raus, bevor er es inbaut! Tötest du die Wache? Nein, ich muss das Leichensack! Du hast es bereits maximal... Welche Wache? Ach, Mann! Scheiß Leichensack! Alter Schwede, du! Da kannst du öfter Payday spielen! Da kannst du öfter Payday spielen! Die Lady of Sight amüsiert sich gerade! Die ganze... Naja, die Entfernungsanzeige mir auch so gedacht! Aber ich wollte es halt nicht so warm mit der... Lady of Sight amüsiert sich gerade! Scheiße, Mann! Ich hab's zum ersten Mal geschafft, Leute! Und da kommt noch ein dritter Vogel angewandert, Alter! Das darf nicht warten! Da mach ich so einen epischen Lauf! Versteste? Ich mach einen perfekten Lauf! Mach ich! Und dann kommt da noch so ein dritter Fatzke angelaufen! Versteste? Ich bin jetzt hier! Hey ruhig, ich bin jetzt der Killer! Ahh... Haha... Ja, mach das! Was ist das? Maschhoof. Ich habe die Party angefangen. Ja, sie öffnet sich an die Seite. Jesus kreie. Ich habe nicht vergessen, wie vor einer Schein. Scheine Scheine. Scheine Scheine. Was denn ist die Zeit gar nicht rückwärts gelaufen? Cosima, die Zeit läuft vorwärts nicht rückwärts. Warte mal, einmal so rückwärts gelaufen. Ne, ne, die ist glaube ich einmal rückwärts gelaufen. Der nächste sagt auch, Lady nicht nur du. Arcanus sagt das auch. Die amüsieren sich ja alle. Hier für die Youtube Leute, die amüsieren sich ja alle. Ich weiß nicht warum. Das ist überhaupt nicht zum amüsieren. Das ist total ernst alle. Scheint da der Mond, sag mal. Ne, ist eine Lampe. Ich sehe schon den Mondschein, Junge. Ich bin eine Mondschein. Ich bin eine Mondschein. Bam. Schnell, schnell, schnell. F drücken. Bitte, bitte lass es klappen. Ja, ihr seid alle fucking Fans. Das läuft schon mal ganz gut mit dem Vogel. Mach doch mal jetzt, Mann. Mach doch mal diese... Das ist jetzt nicht dein Ernst. Willst du mich... Schnell. Oh, Mann. Ob ich wieder zu mache? Ich lass mal offen. Vielleicht kann ich dann schneller die Leiche verstauen. Vielleicht muss ich die Bäder da. Und wenn ich die kriege die Tür wieder nicht auf. Dann kommt da schon der fünfte Typ oder so. Ach, mach zu. Vielleicht kommt noch von da ein Typ und sieht hier das da. Mach lieber zu. Kaum überall irgendwelche Typen hier. Die Musik ist aber... Macht mich total verrückt. Ich bin für zwölf Stunden. Ich bin für zwölf Stunden. Gut, bestimmt. Nee, das halte ich nicht durch zwölf Stunden. So, jetzt. There's another guard. There's another guard. So, ich renne jetzt hin und fau den in die Fresse erstmal. Weil wenn ich auf den schieße, dann... Keine Ahnung, das ist... Was machst du da hinten bei den Kartons? Hast du ein nervöses Problem, Mannfucker? Das sagt bestimmt gleich so. Jetzt. Halt die Hand! Nein, die falsche Taste, die falsche Taste. Jetzt verantworten, verantworten, verantworten. Jetzt, jetzt, F drücken. Hat's geklappt? Naja, Leichensäcke. Leichensäcke, Leichensäcke. Oh, doch, doch. Oh, fuck. Immerhin, ich bin schon ganz schön weit gekommen. Ich bin schon ganz schön weit gekommen. Scheiß USB-Stick. Mann, ich kauf dir eben bei Mediamarkt. Warum willst du unbedingt diesen scheiß USB-Stick haben? Ich kauf dir eben bei Mediamarkt, Mann. Ich muss warten, bis der Typ da vor dem Typen da rumsteht. Und dann komm ich von hinten und paul ihn so richtig... Das ist ein gewinniger Mist, ein gewinniger Mist. Ein gewinniger Mädchen. Nee, weg. Haben wir schon 5.000 Mal jetzt gehört. Ich kann nicht glauben, dass du mich überraschst. Ich kann nicht glauben, dass du mich überraschst. Ja, ja. Ja, ja. Maske auf. Übrigens bei diesem Unfall da... Nee, bei diesem Überfall, nicht Unfall. Da bin ich reingerannt in diesen Laden ohne Maske. Hm. Ja. Mir ist eingefallen, als ich im Laden drin war und mich alle gesehen haben, ist mir eingefallen, ups, ich hab ja vergessen, meine Maske aufzusetzen. Ja. Müsst ihr euch mal anschauen, das Video. Schön reingerannt, wie so ein harter, so richtig harter Gangster. Und drinnen ist mir dann aufgefallen, dass sie meine Maske nicht aufgesetzt haben. Haben mir meine Kollegen aber auch nichts gesagt. Setz mal deine Maske auf, ja. Keiner hat mir was gesagt. Also bin ich natürlich so rein, ohne Maske. Ist das klar. Cool. Aber es war wirklich hart. Es war wirklich hart. Okay, lass uns gehen. 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 Das ist alles wirklich hart, das ist ja alles. Es ist wirklich wirklich... ...really hart. Da traue ich dir jetzt erstmal meinen Kolben. Ja, jetzt. 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 Drück F. Ja, genau. Das ist real, Bunny. Das ist mein Bunny. Okay, mein Bunny. So. Sag mal, ist da irgendwie ein Zaubertrick bei dieser Scheiße? Das ist ein Zaubertrick. Okay. Ah. Oh. Okay. My body. My body is so hot. My body is so hot. Another guard. Stay hidden. So. Yeah, you're not getting past that guy without too much risk. Take him out. My body is so hot. Gucken. Oh. Warte, warte. Nicht gucken. Nicht gucken. Nicht gucken. Ich will dich nur mal kurz... Jetzt. 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 Ja, 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 ja. Alles gut hier. Hier ist alles gut. Jetzt, jetzt, jetzt. Los, schnell, alle weg. Alle, schnell weg. Steck die Leichen. Komm, schnell, komm, schnell, komm, schnell. Nein, das ist schon der Nächste. Mach doch die Scheiße auf. Ich muss erst den anderen holen. Habe ich noch einen Leichen-Sack? Mann, leck mich am Arsch. Mach doch, mach doch. Das ist Munition. Kann ich die nehmen? Schnell weg, schnell weg. Sag mal, mach meine Kollegen helfen nochmal mit. Ihr steht da draußen blöde rum. Ich muss die ganze Scheiß-Arbeit hier machen. Mach doch schon. Wo soll ich denn jetzt die anderen Leichen verstecken? Ist das jetzt hier voll, oder was? Anscheinend da nicht, oder was? Wo soll ich die denn jetzt verstecken? Hä? Versteck die zwei Leichen. Ja, wo denn, du Pfeife? Ist ja noch ein Mülleimer irgendwo. Ich schmeiß die irgendwo hin, oder? Wird schon keiner sehen. Kann ich noch einen Müllsack mitnehmen, aber ich nur... Geht mal her. So, muss ich das sicher. Hätte gleich schon mal müssen. Okay, pack die rein. Ich schmeiß die irgendwo hin. Oh, jetzt leckt es gerade. Warte mal. Dahinter schmeißen. Ja, wahrscheinlich dahinter schmeißen. Habe ich sie hinter den Kraten, sollte gut genug sein. Versteck die Leichen. Versteck die Leichen. Okay, dahinter. Hey, hoffentlich habe ich es jetzt geschafft. Hey, hoffentlich fange ich nicht wieder von vorne an. Dahinter verstecken. Ja. Oh, nee, ist jetzt nicht dein Ernst. Geh weiter. Ja, wohin denn? Ach, nach oben wahrscheinlich. Ich kann nicht mehr, hoffentlich habe ich es jetzt. Hoffentlich muss ich... So, ich muss nach oben. Hoffentlich muss ich nicht so wieder... Hoffentlich kann ich an der Stelle weitermachen oder so. Tüte die Wache und... Tüte die Wache und... Tüte vor allem die Leichen. Tüte die Leichen. Da ist sie noch. Was? Ich mag das Spiel immer mehr. Wieso das denn jetzt? Ach so, das Revolte-Ding. Sieht so aus, als will niemand... Ja, die sind alle schon ruhig kaltgestellt, Lady. Lady will gerade eine Revolte anzetteln. Zit, 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 zit. Ich denke mal, Brunas und die anderen, die stehen jetzt gerade unter starken... Wie heißt das? Unter starken Medikamenteneinfluss. Deswegen können sie gerade mit dir nicht eine Revolte anzetteln, weil die gerade alle... Vielleicht, wenn der sich wieder umdreht. Der sieht mich anscheinend gar nicht. Bis ich dahin hier ran bin, hat der mich schon tausendmal gesehen. Dreh dich mal oben, dass ich dir einen Scheitel ziehen kann. Nee, der sieht mich doch, wenn ich jetzt ankomme. Ob ich weiter ranroppen kann und der mich nicht sieht vielleicht? Ja, das ist immer ein Stück näher. Das ist immer schon mal ein Stück näher. Da muss ich jetzt ganz schnell hoch und den dann einen Scheitel ziehen. Und dann muss ich den wieder beseitigen. Oh, der macht jetzt bestimmt wieder Alarm, der Vogel. Und dann fange ich wieder von vorne an. Das ist ein bisschen scheiße, muss ich mal sagen. Das regt mich auf. Jetzt. Ja, ja, ja. Und? Nicht viel passiert hier, Frau. Sorry, Herr. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ja, ja. Töte die... Und jetzt? Töte die Wache. Dieser Typ aus dem Kontrollraum erscheint nicht, dass es... Was, was, was? Max... Max 4 Passa... Was, was? Was muss ich mit der Leiche machen? Was ist die einfach runter? Ich hab's jetzt mit der Leiche. Ich packe die erstmal hier hin, oder? Ich schmeiß die da runter irgendwie. Also noch mehr Treppen. Warte, ich schmeiß die... Ich schmeiß die hier wieder hin. Erreichen des Surferraums. Ist okay. Mach ich. Ich hab's. Boah, ich muss da bestimmt überall noch lang, oder? Ey, das schaff ich bestimmt nie. Und ich fahre bestimmt dann immer wieder von vorne. Ich mach' den Schlüssel, den USB-Stick. Hey, ich bin schon da. Guck mal, hier geiler Server hier, oder? Sag mal, was machen meine Leute eigentlich, sag mal? Muss ich alles alleine hier machen, oder so? Wo ist er denn da, oder? Da. Stieh, stieh das Gold. Kann ich das Handy noch nehmen? Ich will das Handy auch haben. Gold stiehen. Da, Gold stiehen. Oh, geil. Erreiche den Van, unentdeckt. Na, jetzt kommt der Ärger. Oh, okay. Oh, toll. Jetzt zeigt die Tasche voller Gold. Ist da noch Munition ab, oder so? Weichensäcke vielleicht? Ja, ich hab' fett Gold abgegriffen, Mann. Ich muss aber unerkannt jetzt bleiben, Mann. Ich würd mir gerne noch alles genießen und angucken, Mann. Hier lag ganz viel Gold gerade. Kann ich das kurz genießen, oder kommt da jemand? Ich wollt mal kurz gucken, hier. Ich wundere, ich muss jetzt ein bisschen hastiger gucken, weil vielleicht kommt ja einer um die Ecke und dann... Ah, nein, 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 nein. Ich geh' nochmal zu dem Server hier. Guck mal hier. Sie blinken und sie piepen, sie blinken und sie piepen, sie piepen und sie blinken. Den musst du zu Hause stehen haben. Wenn du den zu Hause stehst, dann laufen die Spiele auch richtig, sag ich dir. Ja, mit den drei Dingern hier, da hast du... Da läuft aber so richtig, da leckt es auch nicht mehr. So was brauch ich auch zu Hause hier. Wo steh' ich, muss ich aber ja keinen Platz dafür. Wo steh' ich denn so weit hin? Was ist denn? Bestimmt glüht der ganze Raum, der materisch heiß wird oder alles. Okay, das heißt, ich muss jetzt... Okay, das heißt, ich muss jetzt... Erreiche den... ...gezeigt werden etwas vor sich. Eine weitere Waffe patrouilliert in der Gegend. Pferde sucht nach... Ich habe sie immer gespürt. Wir brauchen Spott-Torien, um sie zu halten. Schau mal. Wo patrouilliert der Vogel? Da hinten. Ich hab ihn gesehen. Wisst ihr wer in meiner Truppe? Scarface ist in meiner Truppe. Guck mal unten. Ihr könnt das lesen da. Scarface, Shane und Jiro. Warum du keinen sexy mehr kennst, wenn du mich aus Sofa verbannst? Was? Sorry, ich hab meinen Einsatz verpasst. Was? Heute Abend schläfst du auf der Couch? Heute Abend. Konzentration Leute. Ich bin noch nie so weit hier. Wir sind mein ganzes Leben noch nicht. Warte mal, mit F-Säugung was machen. Ja wie? Ich soll auf F drücken um den zu markieren oder sowas? Ja wie denn? Da jetzt. Jetzt hab ich... Gold! Gold! Da ist er. Ja nun? Ja der Typ ist ja da. Ist er weg? Der ist weg? Nee der ist er wieder. Ja der sieht mich jetzt bestimmt lang. Ja wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Kann ich den vielleicht von hinten irgendwo runter? Ja der Typ ist ja da. Und jetzt kommt es doch mal. Ich weiß nicht so weit, man. Ja der Typ ist ja da. Ich hab mich nicht geflasen. Und jetzt kommt es zu. Ja der Typ ist ja da. Schau hier! Da. Ich sehe... Ich komme noch an dem... Wie soll ich denn jetzt an dem... Warte mal, steht da und wird... Erreiche... Mach dich auf den Weg zurück zum Transporter. Denk daran, du kannst es dir nicht leisten, noch mehr Wachen zu töten. Dann stoppe ich den halt so in den Müllsack, oder was? Ich habe noch einen Müllsack. Oder? Ja. Ich habe doch noch einen Müllsack. Ja, mach ich denn jetzt. Wie komme ich denn an dem Vogel vorbei? Garggeil. Ich komme doch an denen ja nicht vorbei. Mann, ich verliere jetzt die ganze Mission, weil ich diesen Vogel nicht umgehen kann. Wo ist er denn da? Ich sehe den ja. Da. Warte mal, ich habe jetzt da unten meine Kamera und vielleicht kann ich die irgendwie aktivieren. Warte mal. Habe ich noch was anderes mit der Täubung schossen? Ja, was mache ich denn jetzt? Der sieht mich doch, wenn ich da jetzt runterkomme. Vielleicht auf diesen Container springen da und dann von da runter. Aber der sieht mich ja. Der steht ja direkt, der steht direkt vor der Treppe, der Vogel, Mann. Und der dreht sich auch niemals um. Nee, ich darf keinen mehr töten. Hier steht ja. Denk dran, du kannst es dir nicht leisten, noch mehr Wachen zu töten. Das heißt... Sleep back. Sleep back. Kann ich dem beschwören, dass er schläft oder so? Oder steht der andersrum? Nee. Der steht doch. Genau, der guckt genau in meine Richtung. Ich könnte hier rauchen. Kann ich hier eigentlich rauchen? Ob ich über den Zaun hier auch drüber komme, aber wahrscheinlich gar nicht rüber, oder? Ist der kurzsichtig vielleicht? Verführe ihn, sagt Lady. Na, wenn ich... Guck mal, ich komme jetzt die Treppe, selbst wenn ich mich klein mache, komme ich die Treppe runter und der sieht mich, oder? Ich meine, der sieht mich, oder? Und dann muss ich wieder von vorne anfangen. Es gibt keinen anderen Weg. Ich glaube nicht, dass ich hier so einfach rüber springen kann, oder? Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert, oder? Vielleicht macht mir mein Kumpel da hinten den Zaun kaputt, oder so, dass ich da raus... Aber ich glaube nicht, dass ich hier so einfach rüberspringen kann, oder? Schau, Leute. Schau, Leute. Was ihr gonna tun? Wir wissen, was ihr gonna tun. Warte mal, kann ich hier noch irgendwas machen, oder? Kann ich den irgendwie vielleicht rufen? Vielleicht kann ich den ja rufen, oder? Kann ich hier noch irgendwas machen, vielleicht? Telefon. Ja, Herr Müller, zur Kasse 17, bitte. Warte mal, vielleicht... Gibt's ja noch irgendwas. Vielleicht habe ich ja was übersehen, oder? Nee, nee. Wäre wahrscheinlich auch zu einfach, dann... Ich kann nur da runter gehen, weil ich komme hier nicht rüber, oder? Komm, ich kann nur über den Sprung. Hier ruf und dann da rüber. Nee, nee. Ich muss die Treppe runter. Warte mal, ist eine Tür. Ich muss runter. Ah, dann kann ich hier vielleicht... Fall den Ding dran, bring ihn nicht um. Na, ich kann ihn bewusstlos schlagen. Ist ja noch nicht töten. Der ist ja dann nur bewusstlos. Ich kann ihn... Ich muss ihn bewusst... Ich komme an den gar nicht vorbei. Ich kann... Ich komme hier auf die Kiste nicht raus, oder? Nee. Ich muss ihn nicht. Ich muss ihn was vom Scheitel ziehen. Anders geht's ja nicht. Ich darf ihn bloß nicht totschießen. Ja, der steht aber genau in meinem Blick... In meinem Blickrichtungs-Dingsbums. Der ist genau hier, alter Scheißer. Scheiße, ich hocke hinter der Kiste mit einer Maske. Das müsst ihr euch jetzt mal bildlich vorstellen. Wie ich hinter der Kiste mit der Maske und der Knarre da hocke. Und der klotzt mir genau in die Fresse und denkt sich, what the fuck? Was ist denn ein scheiß Klon mit einer Maske? Was will der von mir? Und dann drückt er seinen Alarm-Knapp. Alarm, Alarm! Und ich habe alles verkackt. Vielleicht ist der ja auch kurzsichtig. Und ich umgehe den einfach. Der kurzsichtig vielleicht ist. Der ist weg! Der ist weg! Der ist weg! Der ist weg! Hättet er das nicht früher sagen können, dass der weg geht? Warte mal, der patrouilliert. Der patrouilliert ja. Aber wenn er jetzt wiederkommt, dann steht er da und guckt wieder in die Richtung hoffentlich. Und dann zieht ich ihm von hinten einen Scheitel, oder? Oder ich schleiche dann vorbei. Nein, ich hätte mich hinter den Kisten verstecken können. Es ist zu spät. Kommt der wieder? Da ist er, da ist er. Da ist er. Da ist er. Ob der mich sieht, wenn ich da langlaufe? Bestimmt, oder? Was machst du denn da, sag mal? Was macht denn der da? Ob ich dran vorbeischleiche? Kann ich dran vorbeischleichen? Was meint ihr? Komme ich vorbei, oder sieht der mich dann? Jetzt, jetzt, jetzt. Lauf, 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 lauf da, lauf da. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das hat es noch drauf. Beindruckend jetzt. Ich hab's noch drauf. Ja, da wo ich? Wann jetzt? Was soll ich machen? Da reingehen? Okay, ich geh rein. Was jetzt? Was denn jetzt? Was willst du von mir? Ey, ich seh schon. Sichere das Gold. Wirf das Gold hin. Ach so, ich soll mein Gold. Warum, warum? Ich will mein Gold behalten. Ey, ich hab die ganze Arbeit gemacht. Du hast null mit deinem Tagesshonor verdient. Geschickt und aufschöpft. Ey, ich sollte 130.000 bekommen, ihr Schweine. Ey, ich sollte 130.000 bekommen. Ich hab gar nichts bekommen. Ey, wollt ihr mich verscheißern? Ihr habt mich voll abgezogen, ihr Schweine. Ey, ihr habt mich voll abgezogen. Ich hätte... Ich hab 130.000 waren im Pott gewesen. Und ich krieg gar nichts, oder was? Das ist nicht euer Ernst, Alter. Ihr habt mich gerade total verladen, oder? Ey, ihr habt mich gerade total... Ihr habt mich verladen, habt ihr mich? Versteht ihr? Die waren wohl nicht zufrieden. Ey, die haben mir gerade... Wie sagt man denn? Die haben mich gerade über den Tisch gezogen, oder? Ey, die haben mich hier gerade über den Tisch gezogen, die Schweine. Ey, im Pott waren 130.000. Ich dachte, ich krieg die 130.000. Ich hätte denen sein Gold nicht geben sollen. Ey, die haben mich gerade voll über den Tisch gezogen. Ich hab nicht mal einen Level-Fortschritt bekommen. Willst du mich verscheißen, Alter? Ich hab voll die schwere Arbeit gemacht, und alles. Und ihr... Zum nächsten Tag. Ja, weil... Ich mach die ganze Arbeit, und krieg nicht mal gar nichts, krieg ich. Nicht mal auf Level, aber ich krieg... Warte, okay, Dallas, es wird Zeit, dir gestern gestohlenen Code einzusetzen. Ja, nee, pass mal auf, ich hab den Code noch. Pass mal auf, wenn du den Code haben willst, dann gib mir mal was von den 130.000 ab, du Vogel. Sonst kriegst du den USB-Stick, schiebe ich dir sonst in deinen Arsch, du Vogel, du. Finde einen Weg ins Gebäude, greif auf die Polizei, dat man zu, und lösche alle... Nee! Gib mir erst mal Kohle, Alter. Alle, die über Crime.net gespeichert haben, das wird nicht einfach werden. Jetzt zeig mir, dass du es kannst. Gehört erst nach beiden Tagen. Meinze? Ich guck mal, wie weit ich komme, ich mach mal kurz, dann hören wir erst mal auf mit der Aufnahme. Wie viel Thomas? 14 Stunden, 26 Minuten. Die Maschinen sind schon wieder los. Ich mein, wir gehen nicht durch den Hauptquellen rein, siehst du, da ist ein Eingang, setzt da eine Maske auf und... Warum muss ich mich schon wieder... Ich muss mir meine Maske auf, setzt ihr euch doch noch raus. Das ist das Polizeigebäude, alles. Wir sind überall Bullen, alles ist Bullen. Die ganze Gegend ist eine Bullen-Gegend hier, komplette Bullen-Gegend. Wir gehen nicht direkt rein. Wo soll ich denn hin gehen? Durch den Zaun wieder? Und ich mach wieder die ganze Arbeit, ihr Pfeifen, oder? Weil ich es nicht drauf hab, ihr habt es einfach nicht drauf, Mann. Wieder durch den Zaun? Tatsächlich, gut. Wieder durch den Zaun. Maske aufsetzen. Setz mal die Maske auf. Meine Maske kaputt, oder was? Meine Maske ist kaputt. Habt ihr mal eine Maske für mich? Ich hab keine Maske. Hast du eine Maske, sag mal? Ey, du Maske. So, sind wir ja nicht. Die schaffen mich noch. So. Ich werd mal beide aufmachen, man kann nie wissen. Dann kann ich aus beiden Löchern fliehen. Man kann ja nie wissen. Man sollte immer genug Löcher haben. Klingt jetzt irgendwie falsch, oder? Nein, man sollte immer genug Löcher haben. Denkt jetzt nicht drüber nach, Mann. Denkt jetzt da nicht drüber nach. Ich soll ins Polizei... Ich hab die Tür, aber da ist eine Kamera. Da ist eine Kamera. Was ist denn? Was ist denn? Benutze des ECM? Stellsender um die Kamera zu... Was? Ja, wie denn? Wie benutzt ich das denn? Hallo. Ich hab doch gesagt, du sollst... Ja, hallo. Ich muss erst mal selber. Hallo. Ja, hallo. Wo ist denn dieses komische ECM-Ding? Und wieso lösen ich das denn aus? Geh, drück mal noch mal. Was machst du da? Solange die Kamera funktioniert, ist... Ja, dann sag mir doch mal, wie ich das ECM-Ding auslösen soll, du Vogel, du. Platziere ECM zur Runde. Platzieren soll ich den irgendwie. Wie denn? Soll ich die schmeißen? Keine Ahnung, Mann. Hilf mir mal. Sag mir, dann setzst du den. Und deploy die ECM-Tammer. Ja, wie denn? Was machst du denn? Als lange die Kamera operativ ist, du kommst nicht in unnotiert. In den Tafel. Was machst du denn? Ja. Ja. Oh, die Schnauze. Hey. Kuh vielleicht. Tappt, man. Tappt, man. Tappt, oder? Hallo. Ich sagte, du benutzt die ECM-Tammer. Hallo. 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 Was machst du denn? Als lange die Kamera operativ ist, du kommst nicht in unnotiert. Bleib mal. Was machst du denn? Ich sagte, du benutzt die ECM-Tammer. Bleib mal. Bleib mal. Ja, wie denn? Vielleicht ist das? Vielleicht sind diese Dinger, ne? Ja, keine Ahnung, Mann. Wo soll denn, wo ist denn diese ECM-Tammer? Ich weiß keine Ahnung, wo das ist. Guck mal, ich vielleicht noch mal. Wiss ich doch nicht. Was machst du denn? Du musst weg von dieser Kamera. Geh, wie ich sage, und verbrechen die ECM-Tammer. Was machst du denn? Als lange die Kamera operativ ist, operativ ist, du bist nicht in unnotiert. Ja, ja, das sagst du so. Ich keine Ahnung, sag da. Was soll ich da oben stehen? Warte mal, da oben ist ein... Warte mal, da ist ein Karton. Nee, das ist da drin, der Karton. Sag mal, habt ihr ein ECM-Tammer dabei, ihr Vögel? Hast du so ein ECM-Tammer dabei, oder du? Gibt es das im Auto vielleicht? Mache mal hinten auf. Warte mal, hier. Ne, das war denn das. Da. Ist jetzt nicht wahr. Ich sollte das ans Auto machen, oder was? Sag mal, wie soll ich denn da aufkommen, Digga? Kannst du wieder ausschalten? Jetzt ist es aus. Verdammt, Dallas, sie haben dich. Was ist denn jetzt? Was? Was? Ja, mach weiter jetzt. Ich hoffe, dass du bereit bist, um wieder zu arbeiten zu arbeiten. Was ist jetzt los? Ja, ist jetzt ein Trauermarsch-Szene, oder was? Ist jetzt nicht euer Ernst. Wie, ja und? Trauern wir jetzt erstmal alle, oder was? Geht's nicht weiter, oder so? Trauern wir jetzt alle? Nur mit der Skype, oder was? Spiel erneut starten. Sag mir jetzt nicht, ich fang dann wieder von ganz von vorne mit dem USB-Stick an. Ne, das war ich, da war ich schon gewesen. Spiel erneut starten. Vertrag USB-Stick leider. Ich muss also gescheiterte, auslöschen, auslöschen, gescheiterte. Geschichte auslöschen, genau. Also musst du anscheinend erneut versuchen, oder? Bist du sicher, dass du das aktuelle Spiel erneut beginnen möchtest? Na, muss ich ja, oder hast du eine andere Option für mich? Ich krieg ja eine andere Option für mich, eben. Wenn man da auch noch was gelb wird. Normal, kein Risikoschlag, Aufschläge vollendet. Ja, und nun? Also, ich muss ja praktisch anscheinend neu anbauen. Na ja, dann muss ich neu starten. Hoffentlich fangen wir jetzt nicht wieder ganz komfort an. Okay. Okay, here we are, it's showtime. Computer ist aktiviert, unser Cook-Modus. Kann ich nicht abbrechen? Warum kann ich nicht das nicht abbrechen? Ja, bloß ich muss mir das jetzt auch immer antun. So, ich kann jetzt erstmal hier im Auto. Ich muss erst die Maske aufbüren, okay. Let's break bad. Warte mal, ah, jetzt hab ich, ich glaube ich hab's jetzt, ich hab's jetzt. Ja, ja, ich glaube ich, ich hab's jetzt hier schnallt, glaube ich, oder? Ich hab's hier schnallt. Ich hab's hier schnallt, warte? Ich muss das an die Wand ranmachen. Das ist die Tür, aber sie ist geheimt. Ich hab's hier schnallt, warte, ich hab's hier schnallt, warte, ich hab's hier schnallt. Und? Was jetzt? Knack die Tür, geh in das Gebäude. Oh. Oh, schade. Nochmal. Jetzt läuft's, oder? Okay. Also kann ich jetzt nicht abdrehen, ne? Okay. Oh, da fängt mich jemand an. Oh, da fängt mich jemand an. Oh, da fängt mich jemand an. Los. Ich probier noch mal kurz. Wie spiel da mal? Ich muss unter meinem Rekord bleiben. 14 Stunden 36. Komm schon gefährlich nah an meinen, äh, meinen Stream-Rekord rein. Ich mach erst mal B-D-Ruch. Man kann nie wissen, weil muss ich über irgendein Ding flüchten wieder, und dann... Find ich wieder nicht das Loch, oder so. Das ist die Tür. Das ist die Tür. Das ist die Kamera. Mit der Kamera. Das würde es mir noch nicht funktionieren, um die Tür zu lockern. Und höre. Nein, nicht die Tür zu lockern. Was ist denn jetzt, irgendwie? Schia, du musst den GENSEC verdrehen. Sie wissen wirklich, wie sie sich einschränkt. GENSEC hat ihren Spiel gelegt. Das ist mein Schuss. Ich bin drin. Sie haben mich gesehen? Wie, die haben mich gesehen? Nein, 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 das ist nicht unser Tag. Wow, du hast Glück, Freunde. Wird immer besser, sagt Lady. Warum haben die mich denn jetzt gesehen? Da war ja ja China da. Wo sollen die mich denn gesehen haben? Und da dieses komische Kameradings steueriert hat grün gelohnt. War doch alles schön gewesen. Was war denn jetzt wieder los gewesen? Hör doch mal jetzt auf. Mann. Ich bin völlig erschöpft, Junge. Verdammt nochmal, Mann. Ich bin hier der Gangster. Ich probier nochmal. Okay, here we are. Here we are. Here we are. Hier lernst du noch Englisch, Mann. Okay. Okay, boys. Deft mich mal ab, Alter. Ich muss jetzt reingehen. Achtung, erschreckt jetzt nicht. Ich setze die Maske auf. Los jetzt. Rauch mal eine. Okay, Mann. Du musst schon sehen, was davon ist. So, ist mir jetzt egal. Ich mach jetzt nur. Mach doch mal jetzt auf, dann. Mann. Ich geh jetzt mit E nach oben. Das ist die Tür. Das ist die Tür. Ich mach meine Kamera jetzt rein. Kannst du den anderen holen? Warte mal. Kannst du den anderen holen? Die Kamera ist jetzt... Okay, dann los. Ich muss mich wahrscheinlich beeilen. Mach, 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 mach. Diese Tür ist verdammt als hell. Genseck kennt ihre Situation. Genseck hat ihren Spiel, das ist sicher. Warte mal, Dallas. Sie sahen dich, sie sahen dich. Wo denn? Wo hat der mich denn gesehen, Mann? Leck mich doch am Arsch, Mann. Vielleicht muss die Tür wieder zugemacht werden. Das ist total total Fugbar. Ich unterestimierte die Polizei. Das ist, was ich sage. Komm zurück! Komm zurück! Was du willst von mir? Ich probiere jetzt mal die Tür zuzumachen. Mal gucken, was die Tür zu bekommen. Ey, das ist... Ich spiele hier ein Torturial. Ey. Ich spiele hier ein Torturial. Ey. Ich spiele hier ein Torturial. 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 Spiele... Spiele ich, Mann. Warte mal. Warte mal, wird... War da eventuell eine Kamera? Oder ist sowas egal? Wiss ich nicht. Ne, wenn da eine Kamera ist, dann haben sie mich gesehen. Aber das lobe ich nicht, oder? Aber es ist guardiert von einer Kamera. Doppelte den Schmarrer. Und dann lockte die Tür. Action! Ich muss die Tür wahrscheinlich wieder zumachen. Vielleicht geht das ja. Diese Tür ist fucking sicher als hell. Es ist fucking sicher, Mann. Mach auf die Scheiße. Ich muss die Tür bestimmt zumachen. Und zu wieder. Ja. Vielleicht ist das doch noch eine Kamera irgendwo. Ja, wie soll ich die dann? Soll ich mir die am Arsch her? Jetzt komme ich ja nicht vorbei. Wenn ich jetzt durchlaufe, sieht mich die Kamera. Warte mal, kann ich hier vielleicht auch einen Störsand dahin machen? Nö. Ja, ne? Wie sieht der die Kamera jetzt? Wie sieht der die Kamera jetzt? Wie sieht der die Kamera jetzt? Die sieht mich jetzt. Ach, vielleicht darf ich mich nicht so laut beflissen. Was ist denn das denn? Hat geklappt. Nö. Das habe ich denn jetzt anders gemacht bei den andermal. Willst du mich verscheiden? Willst du mich schon wieder verscheiden? Was ist denn das denn? Mülltüten? Nicht schon wieder. Sag nicht schon wieder. Oh ne, schon wieder Mülltüten. Ich muss schon wieder Mülltüten mitnehmen. Warte mal, warum geht das denn jetzt nicht? Nimm doch mal die Mülltüten mit. Egal. Jetzt noch nicht, ja. Ich muss wieder was mit Mülltüten machen. Geht jetzt noch nicht. Na super. C tiempo. Man sieht ja nicht wie man anfängt zu knacken oder wo. Geschlecht! Eine Kamera! Es walk in hinten und schaue auf die Sicherheit. Kann man das machen? Das tut mir doch. Ich hab die Kamera schon mal gesehen! Ich hab doch nicht mal gesehen. Wo du denn vorbeischleichen? Ich hab sie ja nicht mal gesehen, ich wissen ja ahne wo sie ist. Wo ist das denn? Ach, das mit dem piepen immer Das heißt, wenn die piept Die darf nicht so lange piepen Und ich brauche die Müllsäcke Die liegt leider noch nicht neben da Dreht die sich eigentlich? Nee, Gott sei Dank Da ist wieder einer Ist da hinten Ist da hinten ein Wachmann oder so? Die ist bestimmt auch genau, oder? Ist der noch irgendwo? Nee Da kann ich drin, oder? Da ist bestimmt eine Überwachungsfrau Wie liegt die sich? Da ist ein Knopf Dann wollen wir es mal hier gucken Das ist jetzt so cute Da sind bestimmt welche drin Da werde ich drauf Da ist ein Exit Kann ich da abbauen vielleicht? Gibt es ja Munition, oder was? 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 Finde ich mal um Was, 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 was? Gleich um die Kameras vorbei Und suche nach dem Schlüssel Ja, ja Der hat irgendwas gesagt gerade Na da lass ich erst mal die Finger fahren Bleib unter der Kameras Dann können sie dich nicht sehen Ja, das ist ja grob Das ist doch mal schön Okay Schränke kann ich benutzen? Mann, wird ganz schön weit gekommen, Leute Soll ich hier rin gehen? Ups Na Komm nicht rin Ey, komm nicht rin Ich komm nicht rin Vielleicht kommt man da nicht rin Oder so Komm nicht anschein nicht rin Das ist natürlich doof Ist das Hutmenü aus? Keine Ahnung Keine Ahnung Ahnung Sackgasse, oder? Ey, das ist eine Karte. Ich habe die Klickkarte. Das ist nur eine Torturie, alter Schwede. Musst du dir mal reinziehen. Ich habe hier voll die Action auf ein Torturie. So, Lady Salt, du wolltest was willst du haben? Latte, Latte. Ich habe hier Coffee Schwarz, will sie haben. Hier, Coffee Schwarz. Immer für Lady of Salt kriegt er erstmal einen Kaffee jetzt hier. Sacke, meine Gassen spinnt ja wieder hier. Ist ja wieder mal nichts drin hier. Wir hatten den scheiß Automaten nicht aufgefüllt, ihr verdammten Hunde. Da komme ich hier mal hin, um hier einzubrechen, um hier einen Kaffee zu trinken. Und dann nimmst du hier keinen Kaffee. Verdammte Scheiß Automaten. Das kann ja nicht wahr, Alter. Wie soll ich denn hier einen vernünftigen Bruch machen, wenn ich nicht mal richtig einen Kaffee bekomme hier in dem Scheißladen? So einen Scheißsaftladen nochmal. Ist ja typisch Polizei, Mann. Nicht mal einen vernünftigen Kaffee bekommt man hier. Falls ja, wird das ein langer Stream. Jaja, das wird auf jeden Fall lang. Payday wird sehr, sehr... Das ist ja auch sowas ähnliches wie Pating. Das dauert auch manchmal sehr, sehr lang. Je nachdem, wie viel Pornoseiten man abarbeiten muss. Genau das Payday, das ist ja fast das gleiche. Payday, Payding, ist alles das gleiche. Pating, Payding, Payding. Das dauert alles sehr, sehr lange. Und je länger es dauert, je schöner ist es ja auch. Deswegen. Das ist ja das Tolle bei diesem Spiel. So, okay. Wir haben auf jeden Fall eine Karte. Das heißt, wir schleichen uns jetzt wieder zurück. So, ich muss also erstmal hier runter. Und dann quer rüber. Hier runter. So. Und dann hier so quer lang. Gut. Und dann hier ran. Die Waffe bereit und schalte alle aus. Sind jetzt alle Totschießen da drinne? Dann nehme ich vielleicht eine andere Kanone. Dann nehme ich mal eine richtige Bum Bum hier. Okay. Geht los. Der Gear of the Pager. Pager. Ja, ja, ja. Ah. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ah, du Karte, du. Du. Mann, ich war so weit, ey. So, reicht für heute. Ja, du Pussy. Ist ja gut, du Pussy, du. Pff. Wir sind ja weit gekommen. Wir wollten ja eigentlich nur den ersten. Dass wir so weit gekommen sind, ist ja schon praktisch. Das ist ja hier bei uns fast ein Wunder. Ja, du Pussy. Ist ja gut. Ich geh jetzt raus hier. Nimm mich am Arsch. Aber war gut, ey. Komm, so weit sind wir. Ey, das ist ja so weit. Ich hätte niemals gedacht, so weit zu kommen, Alter. Hör mal auf. Voll geil, Mann. Wir machen erst mal das Spiel erneut starten. Und dann können wir nächstes Mal gleich in einem Anflug. Oh. Jetzt fängt der Gear 2.10. Gut. Blablabla. Und jetzt gehen wir es mal raus. Tschüss. Gut. Schön. Hat Spaß gemacht. War schön mit dir. Gangster sein ist ganz schön anstrengend, Leute. Das ist fast genauso, wenn du zu viel Brust hast, ja. So. Das Gangster sein ist genauso anstrengend, wenn du zu viel Brust hast. Da tut dir immer das Kreuz zu mir leid. So geht es den Gangstern wahrscheinlich auch, ja. Oh. Das Geldständige Goldgeschleppe. Da hast du genauso Kreuzschmerzen, als wenn du zu viel Brust hast. Glaub mir nicht. Die Frauen wissen, wovon ich rede. Stimmt's? Die Frauen, die zu viel Brust haben, die wissen, wovon ich rede. Genauso ist das. So. Interessante Vergleiche immer, oder? Ja, ich verstehe auch nicht. Ist ja ja. Los, raus jetzt hier. Ich habe keine Kohle bekommen. Wir haben die mich erstmal, erstmal wahrscheinlich, vielleicht kriege ich bei dem. Wenn nicht, dann wahrscheinlich der zweite Teil ist. Ich muss wahrscheinlich den Zweiteiler fertig machen, oder so. So. Erstmal für die YouTube Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hey, wir sind weitergekommen. Oh, endlich. Wir haben diesen blöden Typen, der da immer, du musst ja durch den Zaun gehen. Dann tust du den ersten Wachmann, den zweiten und das war dann gewesen. Dann kam dann noch ein dritter, dann war das schon wieder. Und dann musstest du wieder raus mit dieser Wache. Oh. Das war total. Das ist ja jetzt schon mal wenigstens. Jetzt kommt endlich mal Bewegung ins Spiel. Ja, so durch. Unter Kameras durch. Unter einer Kaffeemaschine. Und alles. Und hier eine Abstellkammer mit schönen Getränken drin. Okay, war zum Putzen. Aber ist egal. Kann man ja trotzdem trinken. Und ja, jetzt wird es mal endlich mal so ein bisschen spannend. Und hier Radarwarningeräte und Störpeiler und was nicht alles. Jetzt jetzt mal richtig, sonst mal so ein bisschen Gangster mit. Ja, vorher immer nur so Wachen auf den Kopf von hinten schlagen. Ist so ein bisschen. Und töten darf ich es auch nicht richtig. Weiter macht es wieder Lärm und dann kriegen es alle wieder mit. Jetzt konnte ich endlich mal ein bisschen, ne. Aber ich habe eben nicht zu schnell. Ey, das wird jetzt total kompliziert. Ich muss jetzt mal rinnen. Schleiche wieder ellenlang durch die Gegend. Dann gehe ich endlich zum Wachraum. Und muss da dann endlich wieder mal den Wachmann töten. Und dann muss ich sofort Feedback dazu über das Mikrofon wiedergeben. Und wenn ich da verkacke, dann ist alles verkackt. Das ist total anstrengend, ey. Das ist total anstrengend. Wahrscheinlich bin ich noch zu erschärft. Okay, vielen guten Leute. Für die YouTube Leute. Hier geht es schon los. Der Sprachschriftlessner. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ich weitergekommen bin. Freuen wir uns schon aufs nächste Mal. Das heißt also, wir werden jetzt ganz viel erstmal rumschleichen. Und versuchen, dass wir ein Stück von unseren 130.000 Dollar abbekommen. Die so uns über den Tisch ziehen. Da uns ja nicht gehen wollen vielleicht. Ich will Zasta auf dem Tisch ziehen. Ich meine, ich habe einen ganz großen leeren Zef da in meiner Base. Der muss ja mal gefüllt werden. Keine Ahnung. Und Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ich brauche ja Beute und Sex. Ich meine, ohne Kohle läuft da nichts richtig. So. Groß Abflug jetzt hier. So. Achso. Weiter einen schönen Sonntag, ihr Wunsch. Oder Montag. Ne, ich sage jetzt noch nicht diesen Start. Also solltet ihr dann schon dieses Video sehen und auf dem Starten sein für dieses, was danach, nach dem Sonntag kommt, das sage ich. Ich wünsche euch das aber noch nicht. Das wünsche ich euch denn, wenn ich an dem Tag dann ein neues Video aufnehme. So, los jetzt hier. Dann.